Der erste Laden, den wir testen, heißt Mangal. Der Döner gehört Lukas Podolski. Weißt du, was ich meine? Gehört der Döner Podolski? Hat der das Fleisch mit eigenen Händen gemacht? Kannst du Podolski anrufen? Darfst du? Kannst du anrufen, Podolski? Nein. Also, wir probieren den Döner von Podolski. Weißt du, was ich meine? Der hat den Döner mit seinen eigenen Händen gemacht. Darf ich den Döner essen, Podolski? Darf man das?